Musik Was für ein schöner Fussballon, das wir heute erleben. Stahlblaue Himmel, wunderbare Temperaturen. Herzlich willkommen, die beiden Mannschaften. Applaus Mit der Nummer 19, Saria, Gerardo. Mit der Nummer 21, Piero. Nein, aber ich habe Geld. Das ist für ihr Anfang. Der Schiedsrichter von der Telekomitee ist der Herr Rife Oetzker. Eben, das ist ihr, von Fatim Sevix, von Hassan. Jetzt kommen wir an den beiden Mannschaften. Mit fünf Zuschauern. Ein ganz schöner Match. Ein fair Spiel. Und hopp her! Ausziehen. 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 Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schöne, Schöne, Schöne! Das ist ein Schienen! Das ist ein Schienen! Arriba! Ja! 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 Mach! 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 Das war's für heute. Die Mann? Die Mann? Die Mann? Die Mann? Die Mann? Die Mann? Ich war einfach gut. Ja, halb Stunden. Ich bin sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr. Das ist immer geil. Marabona. Sitio, sitio. Geh, geh. Oh, Pernisville! Der FC Hengiswil startet im Zweifang mit dem gleichen Rauf. Der FC Hengiswil startet im Zweifang. 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 Es war ein eigener Team. Der Tor-Schütz war Nummer 22. Er war Alessandra. Vielen Dank. 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 Bye.